Was geht Leute und willkommen zu einer neuen Serie auf meinem Kanal und zwar ist das die F1 Challenge Lotterie, also so habe ich mir den Namen jetzt mal spontan ausgedacht. Ich weiß nicht, ob ich den so lasse, aber eigentlich finde ich den Namen ganz passend. Und zwar ist das eine Serie, die ich bei einem anderen YouTuber gesehen habe, also bevor ihr sagt, ja, ist doch alles abgeschaut. Ja, das stimmt, ich habe mir das nicht komplett selber ausgedacht, aber ja, ist ja nicht schlimm, ne, ich meine, das geht voll klar. Ja, und zwar geht es darum, ihr seht hier haben wir fünf Spalten mit fünf Kategorien und zwar Fahrerstrecke, Wetter, Renn, Distanz und Challenge. Und ich werde jetzt auf einer wunderschönen Seite und zwar random.org eine Zahl auslosen. Und diese Zahl bestimmt dann, ja, jeweils in jeder Kategorie eine, ne, eine Spalte, eine Zeile, weiß nicht. Ähm, und das, ja, das bestimmt dann sozusagen die Challenge, die wir gleich in F1 2015 machen werden. Also nochmal, um das vielleicht, damit ihr es wirklich alle versteht. Erst gebe ich ein, eine Zahl von 1 bis 20, dann los das eine Zahl aus und, ähm, die Zahl, die das ist, mit dem Fahrer werden wir dann spielen. Dann machen wir das nochmal für die Strecke, für das Wetter, für die Rennendistanz, für die Challenge. Und, ähm, ja, was ich noch davor sagen wollte, ihr seht, hier sind elf verschiedene Challenges, die ich mir, wie ich selber so im Kopf hatte, irgendwie. Ähm, ja, falls ihr irgendwelche weiteren Ideen habt für Challenges, die natürlich lustig wären, ähm, schreibt das in die Kommentare, damit das nicht irgendwann ausgeht oder so, weil das sind nicht so viele momentan. Aber ich würde sagen, wir legen direkt los und losen mal den Fahrer aus, so dazu gehen wir hier auf diese tolle Seite. Dann schreiben wir rein 1 bis 20, so, Generate. Und dann kommt raus 19 und ich weiß jetzt schon, dass 19 Meri ist, also wir spielen als Roberto Meri, so, ich markiere das hier mal weiß, damit wir das schon mal wissen. Dann die zweite Wahl ist für die Strecke, da geht's von 1 bis 19. So, das machen wir alles nochmal schnell, so, Generate. Und 13, schauen wir mal, was das hier ist, 13 ist Singapur. Das ist schon mal nicht schlecht, also Männer in Singapur, es ist nicht so scheiße, hätte schlimmer kommen können. So, dann die nächste Wahl ist das Wetter, da geht's von 1 bis 4 nur. Das machen wir doch auch direkt mal. Und das ist die 4 und 4 ist, glaube ich, stürmisch. Äh, fuck. Es ist wirklich stürmisch, okay. Das ist schon mal nicht so geil in Singapur mit einem Männer im Regen. So, dann die Renndistanz, da habe ich jetzt die 50% und 100% weggelassen, weil ich meine, das würde jetzt nicht so viel Spaß machen, ne. Also, das sind nur so kurze, kleine Mini-Challenges, so. Von 1 bis 3 geht es dort. Machen wir das direkt auch. Und 2. Das heißt, 5 Runden, das ist eigentlich ganz passend. Ähm. Und jetzt kommt die Challenge, also das, was wirklich interessant ist. Äh. Ja, es gäbe ein paar, die ganz zum Beispiel hier ohne Frontflügel. Wäre nicht so, ach, keine Ahnung. Schauen wir einfach mal, 1 bis 11. Und dann haben wir auch schon die Auswahl, so 8. Okay, jetzt bin ich echt gespannt, ich weiß nicht, was es ist. Kein Hut, okay. Also, das könnte schlimmer sein. Ja, ja, die Challenge, also kein Hut heißt, dass wir keine Anzeigen haben. Das ist, ja, das ist ein bisschen scheiße, weil ich mit manueller Gangschaltung spiele und man dann nicht so ganz sieht, in welchem Gang man ist. Das ist richtig scheiße. Also, das wird die Herausforderung. Aber, um nochmal zusammenzufassen, wir spielen mit Roberto Meri in Singapur, stürmischem Wetter, 5 Runden und ohne Hut. Äh, ja. Das war's von der Auslosung, wir sehen uns direkt gleich im Spielvideo. Okay, Leute, ich dachte mir, dass wir noch eine Challenge hier dazunehmen, weil irgendwie diese keine Hut-Challenge ist vielleicht ein bisschen lame und ich will direkt für die erste Folge irgendwas cooles haben. Also, generaten wir nochmal. Und das ist die 5 und 5. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das macht das Ganze nochmal Slicks im Regen und Regenreifen im Trockenen. Das heißt, wir werden jetzt im Regen mit Slicks spielen. Das wird krass. Und kein Hut kommt noch dazu. Das ist ja mal heftig. Naja, mal schauen, wie's läuft. Okay, Leute, hier sind wir jetzt in der Startaufstellung. Ähm, nehmen wir ein Setup, nehmen wir auch kein Setup. Und ich sehe gerade, man kann nicht die Reifen wechseln. Dann machen wir das, würde ich sagen, so, dass wir eine Runde fahren und dann direkt an die Box kommen. Und uns dann die Trockenreifen holen. Und dieser Regen ist richtig heftig. So, wir müssen jetzt auf das Rennen starten. Und dann direkt Pause. Und natürlich gehe ich direkt aufs Falsche. Hier, Session-Option. Und dann Bildschirm-Anzeige. Die kann man sich ja auch... Man kann doch auch alles auf einmal bestimmt ausmachen. Naja, okay. Wir müssen alles hier aus, 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 aus. Okay, man hätte doch alles auf einmal ausmachen können. Na gut. Okay, und dann geht's auch schon los. Man sieht nicht mal die Ampeln. Das ist wunderschön. Und jetzt mit dem Schalten. Das wird schrecklich. Ich muss mich komplett drauf verlassen, auf das, was ich höre. Und das Wetter ist auch richtig abnormal. Sorry, McLaren. War das Button? Kein Alter. Was ist das für ein Regen? Heutzutage, die würden nie im Leben ein Rennen in so einem Wetter fahren. Alter, ist dieser Männer langsam. Oh, trotzdem. Oh, innen vorbei an allen. Oh mein Gott. Wir sind auf Legenden-KI. Also, das schon. Oh, innen vielleicht vorbei an dem McLaren. Äh, nee. Okay, sehr gut. Jetzt müssen wir noch mit einem kaputten Frontflügel fahren. Aber ich darf nicht vergessen, hier die Reifen einzustellen. Weil, das ist ja eigentlich die Hauptsache der Challenge, so. Ah. Ah, nee. Das ist schrecklich. Das ist schrecklich gerade. Das ist ja so die Hauptsache der Challenge, dass man die Trockenreifen gleich im Regen hat. Weil ich meine, wenn ich das nicht gemacht hätte, ich glaube, das wäre ziemlich langweilig gewesen. So, nur wenn der hat aus. Ich meine, das ist jetzt nicht so besonders. Man sieht halt die Gänge nicht. Das ist ein bisschen nervig. Aber sonst ist das ja keine wirkliche Challenge, so, sag ich mal so. Was? Als ob das so stark war. Willst du mich verarschen? Was ist das für ein Bug schon wieder? Hey, komm. Also, schauen wir uns das mal so nochmal an. War das jetzt so stark? Das kam mir gerade nämlich ein bisschen lächerlich. So ganz langsam. Komm. Ja, da muss nicht gleich das Rad abfallen. Also, ich erlaube mir mal eine Rückblende zu benutzen, weil... Ja, das war jetzt unnötig. Okay, wofür hast du jetzt die Hand gehört? Oh, da ist einer innen. Das merkt man alles irgendwie gar nicht, wenn man diese ganzen Pfeile hier nicht hat, die das einem anzeigen und so. Das ist echt... Echt eine ziemliche Beeinträchtigung, wenn das aus ist. Okay, ich habe es in die Box geschafft. Das ist wundervoll. So, okay. Okay, ich denke, wir sind ziemlich sicher letzter. Sagen wir mal, die Herausforderung wird das... Na, okay, nee. Wir werden, glaube ich, auch überrundet. Weil wir sind jetzt schon wahrscheinlich irgendwie 30 Sekunden hinter dem Führenden. Und jetzt noch mit den Trockenreifen. Das wird echt schlimm. Ich habe das noch nie gemacht. Ich bin noch nie mit Trockenreifen im Regen gefahren. Zumindest kann ich mich jetzt nicht unbedingt daran erinnern. So ein wundervoller 9,3 Sekunden-Stop. Glückwunsch, Männer. Ihr habt's drauf, Boys. Alter. Wie die Räder durchdrehen, das ist abnormal. Alter, alter, alter. Tja, das wird schlimm. Ich glaube, richtig witzig wird es dann, wenn wir gleich überrundet werden. Oha, er beschleunigt einfach gar nichts. Alter. Oh, nee, nee, nee. Halt dich auf der Strecke. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Nein, ich kann nicht gerade fahren. Äh, geradeaus. Beste Deutsch. Alter, ich kann nicht geradeaus fahren. Was? Nein. Nein, 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 nein. Haben wir den Frontflügel verloren? Ich weiß es nicht. Alter, das ist echt schwer, irgendwie damit geradeaus zu fahren. So in den Kurven ist es sogar ein wenigst okay. Und das hört sich richtig komisch an. Ich weiß, das ist irgendwie echt so. Ich glaube, das ist fast so die schlimmste Kombi, die man machen kann in diesem Spiel. Männer, ein Auto, das eh schon kaum irgendwas hat. Alter, was ist hier los? Nein, halt dich bitte irgendwie auf der Strecke. Ähm, ein Männer und dann nur noch mit Trockenreifen im Regen. Und das ist ja auch noch der stärkste Regen, der möglich ist in dem Spiel. Nein. Das geht nicht. Das geht nicht gut. Das wird nicht gut gehen, meine ich. Oh, fuck. Man kann wirklich keine Kurve gescheit nehmen. Das ist richtig schrecklich. Nein. Was? Das kommt so plötzlich. Auf einmal dreht er sich weg, mitten auf der Gerade. Und bremsen will das Ding auch nicht unbedingt. Nice Kurve, Alter. Nice Kurve. Ich weiß auch nicht, in welchem Gang ich bin immer. Also man sieht das so ein bisschen auf dem Lenkrad, aber das ist ja auch ein Arsch. What the fuck? What the fuck? Nein, wir haben einen Reifenschaden, was? Das soll ich mir nochmal angucken. Da kommen auch schon die ersten Mercedes-Benz, die führen dann halt. Wovon ein bisschen Reifenschaden? Okay, davon. Ja gut, aber ich würde sagen, wir benutzen mal einen Flashback, weil das macht jetzt keinen Sinn. Oh Gott, oh Gott. Beste Stelle für einen Flashback. Das macht jetzt keinen Sinn, nochmal eine Runde mit einem Reifenschaden zu fahren. Wir sind eh schon nirgends, Alter. Nicht schon wieder? Okay. Ist echt schwer, sich hier auf der Strecke zu halten. Sogar auf der Gerade ist es unglaublich. Mach das mal. Das ist wirklich richtig krass. Und wir sind die Mercedes schon hinter uns. Ja, wir bekommen eine blaue Flagge. Oh, oh. So geht's ja nicht, ne, Kollege? Wer war das? Rosberg. Ist das Rosberg? Ist das Rosberg? Nein. Oh, oh. Ihr kommt. Jungs, was ist... Junge. Ihr Arschlöcher. Jetzt müsst ihr hier wenden. Oh. Wart vorbei. Wende, 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 wende. Yay. Yay. Oh. Irgendjemanden haben wir rausgehauen. Hi, Schwester. Ja, ja. Hamilton, willst du spielen? Oh, oh, oh. Team-Mate. Hey. Mein Spaß hält. Den hab ich gar nicht gesehen. Was? Ich weiß nicht, in welche Richtung ich fahren muss. Ist auch so eine Sache immer. Oh, und da kommt Hamilton wahrscheinlich. Es ist richtig verwirrend so, wenn man gar keine Anzeigen hat. Es ist einfach so gar nichts. Es ist richtig, richtig schlimm irgendwie. Das hat mich auch unterschätzt, glaube ich. Das mit den Reifen, dass das schlimm ist, ist klar. Aber es ist auch echt scheiße, weil man irgendwie... Ich weiß nicht. Man weiß halt nicht, wenn jemand neben einem ist irgendwie. Das sieht man halt nicht so, weil man diese Pfeile nicht hat. Und was war das? Haben wir einen Reifenschaden? Das fühlt sich richtig komisch an. Das fühlt sich auch so komisch an, klar. Aber vielleicht ist es einfacher, wenn wir im Cockpit fahren. Cockpit? Ahaha. Nein, 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 nein! Mann! Ich hab wieder viel zu spät gebremst. Oh. Ah gut, Leute. Ich weiß nicht. Ich denke, das war's auch von dieser Challenge. Viel mehr passiert hier nicht. Oh, schauen wir uns das nochmal an. Ja, hä? Richtig. Aber ich hab nicht mal Schaden bekommen, ne? Wir haben nicht mal Schaden bekommen. Wow. Dieses Spiel ist einfach fantastisch, was das Schadensmodell angeht. So, hier. Ja gut, komplett verbremst. Und dann geht's in die Wand. Und geht dann irgendwas... Was geht denn da kaputt? Einfach gar nichts. Guck ich mal den Kopf an. Von Mary hier. Bam. Okay, Leute. Aber das war's von der ersten Folge der F1-Challenge-Loterie. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir belassen das jetzt einfach mal hier, weil... Ja, viel mehr würde jetzt nicht mehr passieren. Aber die Challenge war auf jeden Fall ganz witzig. Und... Ja, falls ihr weitere Challenge-Vorschläge habt, schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare. Weil davon soll diese Serie hier sozusagen leben. Dass ihr irgendwelche coolen Challenges euch ausdenkt. Und wenn ich die cool finde, nehm ich die dann auf jeden Fall rein. Und... Ja, das wird übrigens keine Serie, die jetzt allzu häufig kommt. Es ist einfach so ein kleines Ding für zwischendurch. Ja, ich find's ganz witzig eigentlich. Aber... Ja, jetzt war's das wirklich, Leute. Wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und abonniert meinen Kanal, wenn ihr neu seid und keine Videos mehr verpassen wollt. Und ansonsten bedanke ich mich sehr herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hab ich schon gesagt. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und... Ciao. Ciao.